Ich ruhe. Ich stand. Ich bin Leben. Glänzig, zarte Haut. Ich bin von strahlendem Gold, umgezaubert, durch lange Zeit perfektioniert. Ich stand und ich entwickle. Ich bin Perfektion. Ich bin der Mittelpunkt von allem. Sprudelndes Leben im ewigen Kreislauf und die Wärme, das Innerste, das bin ich. Aromat, das Gäle vom Ei. Untertitelung des ZDF für funk, 2017